Hallo und herzlich willkommen zurück zu Madden NFL 23 Ultimate Team. Jawohl, wir spielen heute Challenges und bei den Challenges kümmern wir uns heute um die Legends, um LaDainian Tomlinson. Ich habe es ja schon gesagt, die Woche spielen wir ein bisschen offline, weil es mir nicht so gut geht. Deswegen möchte ich heute diese drei Challenges zu LaDainian Tomlinson abschließen. 2006 NFL MVP LaDainian Tomlinson accumulated 145 rushing touchdowns during his 11th season career. A rushing way to victory by taking on LaDainian Tomlinson's Gauntlet. Score a rushing touchdown in 2 Plays. Okay, mit LaDainian Tomlinson und im Backfield unsere komplett neue Mannschaft. Johnson, Ogba, alle mit dabei. Vor allem auch er hier. Tua Tagovailoa. Mr. No Mercy. Gegen die Ravens. LaDainian Tomlinson zu 1. Da ist der Block da. LaDainian Tomlinson-Touchdown. Challenge Nummer 1. Die Folge wird heute kürzer, kann ich einfach so straight direkt sagen. Play next challenge. Score a rushing touchdown in 2 Plays. Das hat man doch gerade. Second challenge. Das war doch dieselbe Challenge wie gerade. Oder sind wir diesmal weiter weg? Jetzt waren es ja nur 5 Yards. Die wir laufen mussten. Wie viele sind es diesmal? Oh, 10. Der funktioniert immer und der funktioniert auch dieses Mal. LaDainian Tomlinson-Touchdown in einem Spielzug. Jetzt sind es 15 Yards. Wie gesagt, bei der Mannschaft, die wir haben, ist es jetzt nicht so verwunderlich. Ich glaube, dass das ein bisschen einfacher geht. Das könnte sein, dass das jetzt mal nicht klappt. Nö, das wird nix. Ich probiere das gleich nochmal. Boah, da kommen wir gar nicht durch. Da kommen wir mal gar nicht durch. Hallöchen. 3 Yards ging es davor, ne? Das war's. Ja, da geht es auch nicht durch. Haha. Gut, 15 Yards. Jetzt haben wir mal eine Challenge. Ähm. Pass mal auf. Replay Challenge. Natürlich. Dann komm auf Rookie da nicht durch. Das war's. Wo ist Stretch Alert? Wir sind bei meinen Favorites. Und Stretch Alert ist nicht da. Doch, da ist er. Und Toucher. Laudanian Tomlinson. So. Dann brauchen wir jetzt eine View Postgame Summary. View Highlights. Und Highlights. Und Highlights. Und Highlights. Und Highlights. Vielen Dank. Ja, ich hätte leider eigentlich Tom Linson schon gerne, muss ich gestehen. Finish Game, ich hätte ihn schon sehr gerne. Nice, dann haben wir unseren Token, wovon wir sowieso viel zu wenig haben eigentlich. Und haben LaDainian Thermalins ein Power-Up, brauchen wir die einzelnen Karten dazu. Aber die will ich mir zumindest bei den Chargers-Legenden holen. Also wir können jetzt hier zum Beispiel Upgrades sagen, eins können wir so machen, dass hier können wir sagen, oh, Chargers, jawohl, passt. Front Art gibt es halt hier dann verschiedene. Das ist das, was wir haben. Und jetzt brauchen wir halt dafür die einzelnen Karten. Was er dann halt 91 hat. Wäre nice, ne? Wäre nice. Aber wir können die mal nicht mehr verkaufen, das ist gut. Genau. Können wir noch schnell in den Marketplace reinschauen. Wie gesagt, die neuen Karten sind da. Die neuen Gueridian Guardians. Jumbo Elite, GG Elite, Combo Bundle 88. Gueridian Guardians Player, den werden wir auf jeden Fall ziehen morgen. Weekly Elite Fantasy Pack ist auch schon alles da. Ja, ist alles irgendwie ein bisschen ein Tag früher da, ist nötig eigentlich. Aber ja, machen wir alles morgen dann. So sieht es aus. Wie gesagt, wir haben hier die 1000 Selected Offers, da brauchen wir eigentlich nichts. Klar, Fantasy Bundle, schön und gut, aber im Endeffekt, wir werden ihn da nicht rauskriegen. Wir haben dieses Glück verzockt, nenne ich es mal. Special Offers da, da fehlt uns noch ein bisschen was. Level 30. Ja gut, das Kierzeug, ja ne, das ist mir relativ wurscht. Mal schauen, was wir morgen bekommen, so als Packs und Co. Vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht. Ich bedanke mich für's Zuschauen, sagt Charmantv, wir sehen uns morgen wieder. Dann mit einer nicen Pack Opening Folge, wir sind mit einer kleinen Pack Opening Folge. Ich weiß nicht, wie viele jetzt Sachen noch rauskommen, aber ich glaube, es waren jetzt nicht so viele. Es waren glaube ich jetzt nur drei Packs, die das, oder beziehungsweise vier Packs dies werden, die halt die zwei normalen, die 88 plus und das tausender Weekly Elite Pack. Genau, bis dahin, Tschüssikowski, Bebgesund, wir sehen uns. Bis dahin, Tschüssikowski, Bebgesund.